Hallo liebe Golffreunde, mein Name ist Markus Bruns und in diesem Video möchte ich euch die fünf Geheimnisse für einen soliden und guten Drive erklären. Um einen guten Drive schlagen zu können, sind aus meiner Sicht fünf Dinge sehr wichtig. Zum einen ist es die Ansprechposition. Und die Ansprechposition beim Dreiber unterscheidet sich zu den Eisen natürlich in einer ganz ganz großen Sache und zwar in der sogenannten Ballposition. Und wie ihr seht, habe ich hier mal zwei Sticks auf den Boden gelegt, habe meinen Ball schon mal aufgetiht. Und ein Stick, dieser längliche hier, der dient mir für meine Ausrichtung, dass ich mich daran orientieren kann, wohin ich ziele. Und der andere dient im Endeffekt der Hilfestellung, dass ich den Ball an der richtigen Position liegen habe. Wichtig beim Driver ist immer, dass man versteht, dass der Ball beim Drive immer eher in der Aufwärtsbewegung getroffen werden sollte, also mehr von unten nach oben. Bei Eisen ist es so oder auch bei Hölzern und Hybriden, dass wir den Ball mehr in der Abwärtsbewegung treffen wollen. Der Vorteil ist einfach der, wenn ich den Ball mehr in der Aufwärtsbewegung beim Driver treffe, dass ich dementsprechend auch mehr Topspin auf den Ball bekomme. Das heißt, der Ball fliegt nicht nur weiter, sondern im Endeffekt rollt er auch weiter, beziehungsweise kickt mehr nach vorne, nachdem er das erste Mal aufgekommen ist. Die Ballposition beim Drive sollte also so sein, dass der Ball grundsätzlich mehr an der linken Innenferse liegt. Dadurch entsteht eben der Vorteil, dass der Schläger etwas mehr in der Aufwärtsbewegung an den Ball kommt. Das Zweite, worauf ihr achten solltet, dass ihr breiter steht. Wenn ihr einen Driver schlagt, sollte es so sein, dass die Außenseite eurer Schultern mehr auf die Innenseite eurer Füße zeigt. Dadurch steht ihr etwas breiter, könnt dementsprechend auch mehr Radius in der Drehung aufbauen, wodurch auch mehr Geschwindigkeit entsteht. Zum anderen, bei der Ansprechposition bitte darauf achten, dass das Griffende nicht über dem Ball ist, so wie jetzt hier zu sehen. Weil ich übertreibe das mal ein wenig und drücke mal das Griffende etwas mehr nach vorne. Dann ist es nämlich so, dass der Schläger sich etwas mehr öffnet, wodurch die Gefahr entsteht, dass im Treffmoment die Hände auch viel zu weit vor dem Ball sind und ich den Ball eher rechts weg haue. Achtet darauf, Ballposition links, Schultern in der Breite, also Innenseite der Füße und das Griffende in der Ansprechposition zeigt jetzt mehr zu meiner Gürtelschnalle. Das sieht am Anfang so aus, als wenn die Schlagfläche geschlossen wäre, ist sie in dem Fall aber nicht, weil der Schaft beim Driver eh mal leicht nach hinten versetzt schon so eingebaut wurde. Und der vierte Gedanke beim Drive bei der Ansprechposition, ihr habt es vielleicht gerade gesehen, ist, dass ihr eure rechte Schulter im Setup etwas tiefer nehmt. Also das heißt, wenn sie jetzt gerade ist, beuge ich sie etwas nach rechts unten. Auch daraus entsteht der Vorteil, dass dementsprechend der Ball mehr in der Aufwärtsbewegung an den Ball kommt. Also achtet auf diese vier Punkte im Setup und ihr werdet eine gute Basis schaffen für einen guten Drive. Zu einem guten Setup gehört natürlich nicht nur das richtige Hinstellen und die richtige Schulter-Ebene bzw. die Ballposition, sondern natürlich auch das Greifen des Schlägers. Und das Greifen des Schlägers sollte so sein, wie ihr es auch bei den Eisen macht. Das heißt im Endeffekt, dass ihr den Schläger immer in euren Fingern greift, sodass ihr praktisch von dem ersten Fingerglied runtergreift bis hin zu dem letzten Fingerglied, bis hin zum Knöchelchen, sodass der Daumen und Handbein oben auf dem Griff draufliegen. Jetzt ist aber wichtig beim Greifen, dass ihr darauf achtet, dass ihr beim Driver nicht zu schwach greift, sage ich immer. Zu schwach heißt, wenn die linke Hand eher zu weit nach links gedreht ist, also ich übertreibe das mal eher in diese Richtung. Daraus würde nämlich resultieren, dass sich die Schlagfläche öffnet und die Bälle eher weiter nach rechts wegdrehen. Achtet also darauf, um mehr Länge zu bekommen beim Drive, dass ihr mit der linken Hand etwas mehr nach rechts greift. Das heißt, dass ihr im Endeffekt stärker greift. Ja, dann sieht man deutlich, dass ich hier jetzt auf jeden Fall zwei Knöchel von meiner linken Hand sehen kann und dass diese Falte, die sich zwischen Daumen und Zeigefinger gebildet hat, hoch zur rechten Schulter zeigt. Ja, ruhig zur rechten Schulter. Dann ist es ein bisschen übertrieben. Wenn ihr den Schläger greift, achtet bitte noch auf zwei Dinge. Einmal, dass ihr nicht in der Handfläche greift, weil solltet ihr zu sehr in der Handfläche greifen, so wie ich jetzt, dann würde das eure Bewegung durch den Ball blockieren, also den Release blockieren und der Ball würde eher nach rechts wegdrehen. Weil ganz wichtig beim Drive, beziehungsweise natürlich auch bei allen anderen Schlägern, ist natürlich ein guter Release des Schlägers durch den Ball. Also, das heißt, eine gute Rotation der Arme mit dem Körper zusammen. Und der zweite Punkt, der auch immer wieder aufkommt, ist, wenn man sagt, greife ein bisschen stärker, dass viele Leute sehr stark den Arm dann verdrehen. Das Problem ist, dass es aus der Schulter kommt und alle Sehnen, die bis in die Finger hineinlaufen, sammeln sich hier im Gelenk, ja, im Ellenbogengelenk und dadurch verknoten die sich. Das heißt, sie liegen dann so schön aufeinander und vielleicht habt ihr schon mal von dem sogenannten Tennisarm gehört, der entsteht dann daraus oder kann daraus entstehen. Deswegen, wenn ihr also den Driver greift und greift ein bisschen stärker, dann bitte nicht über die Armrotation, sondern nur aus dem Beugen der linken Hand. Dann ist nämlich die Spannung mehr auf der Innenseite von eurem linken Unterarm. Mit der rechten Hand greift ihr dann daneben und dann seht ihr, dass beide Falten, die sich hier zwischen Daumen und Zeigefinger links, wie auch rechts gebildet haben, mehr hoch zeigen zu meiner rechten Schulter. Und das führt dazu, dass ich dann etwas mehr Release bekomme, beziehungsweise den Ball auch mehr mit einer Rechts-Links-Kurve schlagen kann, was dementsprechend auch wieder zu mehr Länge führt. Das dritte Geheimnis für bessere Drives liegt in der Schwungbahn des Schlägers. Und zwar ist es ganz häufig so, dass man ja versucht, wenn man einen Driver in der Hand hat, mehr Kraft einzusetzen, um mehr Länge zu bekommen. Das Problem ist, mehr Kraft führt nicht zu mehr Länge, sondern mehr Kraft beziehungsweise mehr, ja, draufhauen führt eher dazu, dass der Schläger in der Bewegung zum Ball eher mehr von außen an den Ball kommt. Das heißt also, dass in der Bewegung zum Ball meine rechte Körperseite mehr vor die Linke kommt, wodurch es entstehen kann, dass der Ball mehr eine Rechts-Links-, also eine Links-Rechts-Kurve einnimmt, diesen sogenannten Slice. Dadurch wird der Ball kürzer. Oder was auch häufig passiert dadurch, ist, dass man den Ball tendenziell dann mehr hinten an der Hacke trifft oder halt oben drauf. Und wer sich mal seinen Driver anschaut und hat Abdrücke hier hinten an der Hacke beziehungsweise hier oben auf der Schlagfläche oder diese ganz ekligen, unterschlagenen Bälle, wo dann oben schöne Kratzer entstehen auf der Schlagfläche, der kann im Grunde davon ausgehen, dass wenn im Setup alles richtig ist, also die Ballposition, dass der Schläger dann zu sehr von außen an den Ball kommt. Und um das zu beheben, gibt es im Grunde eine relativ simple Übung. Ich habe hier mal meine Schlägerhaube rausgeholt und werde diese mal seitlich vom Ball auf den Boden legen. Und zwar auch schon leicht angeschrägt, sodass die etwas nach rechts im Endeffekt zeigt. Und wie ihr seht, hier liegen ja noch die Sticks. Das heißt, dieser lange Stick soll mir helfen, dass ich mich richtig orientiere, dass ich mich richtig ausrichte. Würde ich jetzt mit meinem Schläger zu sehr von außen an den Ball kommen, das heißt also die rechte Körperseite geht wieder vor die linke, dann würde ich die Schlägerhaube treffen. Wenn ich aber mich darauf konzentriere, dass ich im Endeffekt in der Ansprechposition etwas mehr meine rechte Schulter, wie vorhin schon beschrieben, runter habe und auch meinen rechten Fuß etwas mehr nach hinten nehme, dann ist es so, dass ich in der Bewegung zum Ball mehr von innen an den Ball komme und meine Schlägerhaube nicht treffe. Die Schlägerhaube sollte so liegen, dass ich gerade noch beim Aushöhlen sie so ganz leicht vielleicht touchiere. Wie man sieht, selbst wenn ich so ein bisschen nach vorne weggehe, komme ich minimal dagegen. Das ist aber nichts Schlimmes. Also Schlägerhaube hinlegen, in der Ansprechposition den rechten Fuß, die rechte Hüfte und Schulter ein bisschen nach hinten nehmen und dann habt ihr im Grunde genügend Platz, um mehr von innen an den Ball zu kommen, was dazu führt, dass mein Ball tendenziell mehr eine Rechts-Links-Kurve einnimmt. Nun möchte ich das gerne noch einmal mit Ball demonstrieren, wie es aussieht, wenn der Schläger mehr von innen an den Ball kommt. Ja, das hat gut funktioniert. Der Ball ist wunderbar auf dem Fährweg. Ich habe ihn gut getroffen. Und ja, diese Übung mit der Schlägerhaube wird dir helfen, nicht mehr zu sehr von außen an den Ball zu kommen mit dem Driver, sondern mehr von innen. Versuche es und du wirst dadurch längere Drive schlagen können. Ein großer Unterschied zwischen Eisen und Hölzern liegt im Treffen des Balles, also im sogenannten Eintreffwinkel. Bei den Eisen ist es ja so, dass wir grundsätzlich immer erst den Ball und dann den Boden treffen wollen. Beim Driver ist es ein bisschen anders. Und beim Driver ist es im Endeffekt so, dass wir den Ball mehr in der Aufwärtsbewegung treffen wollen, um einfach mehr Topspin zu bekommen. Das würde dann so aussehen, dass wenn ich meinen Ball treffe, würde ich im Grunde den Schläger so an den Ball bringen, wodurch der Ball mehr nach vorne dreht. Vorteil ist einfach, ich bekomme dadurch mehr Länge. Nicht nur im Flug, sondern im Endeffekt auch dann, wenn der Ball auf den Boden aufkommt und mehr nach vorne kickt. Um das zu trainieren, ist es erstmal ganz grundsätzlich wichtig, dass die Ballposition an der linken Innenferse ist. Weil je mittiger ich den Ball habe, umso mehr kommt der Schläger verkantet an den Ball. Das würde im Endeffekt bedeuten, dass der Schläger dann eher so ankommt und nicht zu sehr in der Aufwärtsbewegung. Wichtig ist, dass wir den Ball in der Aufwärtsbewegung treffen. Also dementsprechend Ballposition an der linken Innenferse. Zum anderen, wie schon vorhin im Setup beschrieben, solltet ihr darauf achten, dass die rechte Schulter etwas tiefer ist, wodurch einfach auch schon mehr Raum gegeben ist, wodurch der Schläger mehr in der Aufwärtsbewegung an den Ball kommt. Eine schöne Übung, um das alles zu trainieren, kann man folgendermaßen anwenden. Entweder ihr nehmt ein Tee oder ihr nehmt eine leere Beipackung. Wenn ihr ein Tee nehmt, dann steckt ihr das ungefähr eine Handbreit vor dem Ball in Richtung Ziel in den Boden. Nehmt ihr eine Beipackung, legt ihr die ungefähr eine Schuhlänge vor dem Ball auf dem Boden. Am besten ist immer noch ein Ball damit reinzutun in die Packung, weil dann fliegt sie nicht so schnell weg. Das Ziel ist es nun, dieses Tee oder die Beipackung nicht zu treffen, weil solltet ihr, nachdem ihr den Ball getroffen habt, das Tee oder die Beipackung treffen, dann wäre der Schläger zu steil an den Ball gekommen und wahrscheinlich wären dann, nicht nur wahrscheinlich, sondern im Endeffekt wären dann die Abdrücke zu weit oben auf der Schlagfläche oder zu sehr hinten an der Hacke. Das hätte natürlich auch wieder großen Einfluss auf euren Ballflug beziehungsweise auch auf die Länge eures Schlags. Trefft ihr den Ball mehr in der Aufwärtsbewegung, also sozusagen mehr von unten nach oben, dann bekommt ihr halt, wie gesagt, mehr Topspin und ihr werdet es dann wahrscheinlich auch sehen können, dass die Ballkontakte mehr in der Mitte sind. Um das zu überprüfen, empfehle ich entweder ein sogenanntes Kontaktspray drauf zu machen oder vielleicht ist es möglich, einen Impact Tape zu bekommen in irgendeinem Golfshop. Dementsprechend ist es leichter rauszufinden, wo ihr tatsächlich den Ball trefft. Ja, ein weiteres, beziehungsweise das fünfte Geheimnis für einen guten Drive liegt im Grunde im Rhythmus. Und im Rhythmus sehe ich häufig sehr viele Fehler, weil man ja immer denkt, wenn ich viel Gas gebe, viel den Körper einsetze, viel Kraft aufwende, dann haue ich meinen Ball weit. Aber am Ende ist es dann im Endeffekt so, dass der Ball dann eigentlich kürzer fliegt, weil die Ballkontakte dementsprechend schlechter werden. Das ist dann im Endeffekt auch so, dass der Spieler dann entweder sehr stark oder sehr viel seinen Oberkörper bewegt, sodass die linke Schulter dann hochkommt. Dann kommt man von außen auf den Ball oder dass man sehr stark versucht, mit Kraft von oben auf den Ball zu schlagen. Das sieht dann im Endeffekt so ein bisschen aus wie so eine Holzfällerbewegung oder so eine Holzhackerbewegung. Das führt aber eher dazu, dass die Ballkontakte schlechter sind und die Bälle dementsprechend auch nicht mehr so viel Geschwindigkeit bekommen. Eine wunderbare Übung ist es, wenn ihr euch mal hinstellt, nehmt euren Schläger oder man kann dazu auch einen Stick nehmen und greift diesen, so eine normale Griffhaltung, nimmt den ungefähr auf Bauchnabelhöhe und jetzt macht man mal zwei Schwünge. Einmal einen ganz schnellen, wo man relativ wenig mit dem Körper macht und dann hört man auch, dass es ein sehr kurzes Zwischen ist und dass es auch eine sehr kurze Bewegung ist. Das heißt, man muss unheimlich viel kompensieren dann auf dem Weg zurück zum Ball und das andere wäre dann das Gegenteil, eine größere, längere Bewegung, wo man sich im Grunde ja eine Art Rhythmus vorstellt und ich stelle mir dann immer vor 21, 22. Das heißt, 21, 22. 21, 22. So, dass ich im Grunde bei 22 den Ball treffe. 21, 22. Und das führt dazu, dass ich einen größeren Radius bekomme, dass mein Körper sich mehr dreht und dass mein Schläger im Grunde etwas weiter in der Ausfüllbewegung ist und dass ich dadurch einfach mehr Zeit und mehr Raum bekomme, um dem Ball mehr Geschwindigkeit mitgeben zu können. Und wenn man das dann mal in der Ansprechposition macht, jetzt nicht mit dem Ball und man macht noch mal das Alte und macht mal ganz schnell und sagt sich ganz schnell 21, 22, dann hört sich das so an, 21, 22. Das ist eine sehr schnelle und kurze Bewegung oder die längere, 21, 22. Ja, das ist ein ganz anderer Rhythmus, ist viel flüssiger, ist viel größer und wie das dann mit dem Ball aussieht, das wäre dann im Endeffekt diese Übung. Ich stelle mich wieder in meine normale Ansprechposition und sage mir dann vor 21, 22. Und dann schlage ich meinen Drive mit einem guten Rhythmus, habe einen schönen großen Radius aufgebaut, daraus resultiert einfach mehr Länge, weil ich mehr Schwung auf den Schläger bekomme und dementsprechend kann mein Ball auch weiter nach vorne fliegen. Probiert diese fünf Geheimnisse mal aus, ich freue mich auf euer Feedback und es ist ja auch immer schön zu sehen, wenn der Drive nicht nur lang ist, sondern wenn er auch konstant gut nach vorne geht, damit ihr dann am Ende einen wunderbaren zweiten Schlag in Richtung grün machen könnt.